Die Evangelische Christuskirche befindet sich im Dresdner Stadtteil Strehlen auf dem Frankenbergbau. Die Christuskirche ist eine Seilkirche im Stil der Reformarchitektur. Sie verfügt über 1200 Plätze und gilt als die erste moderne Kirche Deutschlands nach der Stildominanz des Historismus. Sie steht auf einer Anhöhe und ist im Stadtbild Dresdens leicht an den 266 Meter hohen Türmen auszumachen. Heute ist sie die letzte noch erhaltene Kirche Dresdens mit Doppeltürmen. Nachdem die Sophienkirche und die katholische Pfarrkirche Dresden-Neustadt im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren. Der Sandsteinbau hat sich, wie viele Gebäude aus diesem Material, im Laufe der Jahre fast schwarz verfärbt. Errichtet wurde die Christuskirche in den Jahren 1902 bis 1905 vom Architekturbüro Schilling und M. Grebner. Die Skulpturaen-Dekorationen stammen von Karl Groß, die Portalgestaltung von Peter Pöppelmann. Die dekorative Ausmalung stammte ursprünglich von Otto Gußmann und das Geläut aus der Glockengießerei Schilling aus Apolda. Die Kirche wurde beim Bombenangriff im Februar 1945 beschädigt. 1949 bis 1951 wurde sie unter Wolfgang Rauda wiederhergestellt und konnte anschließend von der Kirchengemeinde genutzt werden. Wegen fehlender Finanzmittel waren die Dekorationen an Wänden und Decken weitgehend beseitigt. Auch in der Folgezeit kam es wegen mangelnder staatlicher Unterstützung zu Feuchteschäden. In den Jahren 1973 bis 1980 erfolgte eine Restaurierung. Das Innere ist nach Entwürfen von Helmer Hellers annähernd dem ursprünglichen Stil gemäß wiederhergestellt worden. Über das Hauptportal der Kirche gelangt man in eine Vorhalle, die auch Brauthalle genannt wird. Die Kuppel hat eine Spannweite von 18 Meter und keine Seitenemporen. Eine Kornische nimmt den kolonnadenförmigen Altar aus euböischem Zipolino, einem Marmor-Auf, auf dem ein weißes Marmorkreuz errichtet ist. Es wird flankiert von den von August Hudler geschaffenen Skulpturen der Heiligen Paulus und Johannes. 1980 wurde die Christuskirche unter Denkmalschutz gestellt. Oggel Gegenüber dem Altar befindet sich die Westempore, die die von den Gebrüdern nämlich im Jahr 1905 als Opus 224 gebaute Orgel beherbergt. Auch diese wurde im Krieg beschädigt. Nach notdürftigen Reparaturen unmittelbar nach dem Krieg wurde diese zwischenzeitlich teilweise ergänzt. Durch Johannes Schubert folgte in den Jahren 1984 bis 1988 eine Erneuerung der Orgel im Sinne einer Kompromissorgel, die neobarocke, französische und spätromantische Elemente zu vereinen suchte, dennoch blieben 60 Prozent des originalen Pfeifenwerks erhalten. In den Jahren 2013 bis 2015 wurde die Orgel von der Erbauerfirma unter Leitung von Ralf Jämlich konsequent auf den ursprünglichen Zustand rekonstruiert. Klanglich ist das Instrument von der deutschen Romantik geprägt. Die zahlreichen Register in Äqualage und Spielhilfen ermöglichen ein stufenloses Register Crescendo mit charakteristischen Einzelstimmen und einem Transparenten Gesamtklang 62 Register sind auf drei Manuale und Pedal verteilt und werden durch pneumatische Kegelladen angespielt. Die Orgel verfügt heute über 4140 Pfeifen und ist damit die drittgrößte Orgel in Dresden. Koppeln 2i 3i 3i 2i P2 P3 P Super ii Super 3i 2i Sub 2i Sub 3i 2 P Deloctav Koppel Spielhilfen 4 freie Kombinationen 26 feste Gruppen Tutti Hochdruck Zungen ab Crescendo an Freie Gruppen an Feste Gruppen an Crescendo Walze Schwelltritt 07.5 1p3 4-2i 3i 3i 8i 4i 2i 3i 3i 7i 8i 7i 8i 9i 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 10 Joachim